hallo und herzlich willkommen ich guckte gerade noch mal so ein bisschen hier rüber weil hier meinen aufnahmen monitor ist ob alles gestartet ist also nicht wundern wenn ich mal so ein bisschen darüber die luke um auch zu gucken wie lange die folgen wird die letzte folge wurde auch schon sehr lang was wollte ich gesagt haben wir wollten quasi was wollten wir denn ich habe bin gar nicht mehr im bilde was wir wollten also hier wird die stahl sachen drin die kupfer sachen stapeln die reparatur kids packe ich mal hier wieder rein bisschen lebensenergie wir haben immer viel lebensenergie können wir ein bisschen herstellen munition haben wir auch nicht munition haben wir auch nicht mehr nicht mehr so viel was brauchen wir denn jetzt begibt sich zum erstverkommen technologie dort mit linken maustaste abbauen raffinerie modul stufe eins das wollen wir glaube ich auch herstellen das wollen wir glaube ich über die raffinerie modul können wir nicht herstellen keine aktiven module verfügbar produktionsmodul stufe eins brauchen wir dafür das hier brauche dafür muss wir erstmal herstellen machen wir das mal stufe 2 stufe 3 ist das jetzt hier drin muss ich das in der handballen ja nein muss ich nicht aber warte mal drei kupferplatten ich bin so doof drei kupferplatten brauchen wir haben wir noch irgendwie sieben stück in der tasche die packe mal hier rein wieder so aber wie kriegt denn hier die aktiven module verfügbar wie kann ich die denn weil ich habe jetzt hier eins hergestellt produktionsmodul stufe 1 wie muss ich das das muss ich doch nicht aufbauen ne ne energie knapp was was wie wo energie knapp was wer wo was wie aber kohle ist doch da kann das sein weil wir warum verlieren wir so viel energie aufwerten 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 warum verlieren wir so viel energie wahrscheinlich wegen der zweiten wegen dem zweiten turm den würde ich vielleicht noch mal abbauen den wir beim letzten mal gebaut haben den bauen wir mal ab zack gucken wir mal ob die energie jetzt wieder steigt ich weiß noch nicht wie wir den energie vorkommen ja jetzt steigt die energie wieder okay also war das zu viel so meine frage jetzt wie können wir das denn ich muss selber erst mal gucken herstellen und alles affinerie modul stufe 1 wird benötigt und wir benötigen dafür keine aktiven module das produktions modul das haben wir so da drin das habe ich jetzt mal im inventarplatz reingelegt wird aber dann trotzdem noch angezeigt als als rot benötigt für aufwertung ich kann das da unten nicht lesen weil das so prachtraum nein nachrichtstation an das modul produziert energie für studiert ist auch nice brauchen wir aber anscheinend auch noch ein produktions modul aber benötigt aufwertung anfangsproduktion aufwertung installiert aufwertung die frage ist müssen wir dafür noch was forschen anfangsproduktion produktionsmodul stufe 1 produktionsmodul technologie der stufe 1 blau pause haben wir ich bin mir jetzt noch nicht so ganz sicher fünfmal spielpulver ob wir das nicht beim letzten mal schon gemacht hatten so weit einmal spielpulver fünfmal müsste ja jetzt eigentlich gehen so hier meine frage jetzt ist sogar wesentlich ruhiger wie die erste raffinerie die warten meine frage die mich jetzt stellt ist bringt das jetzt was wenn wir das bauen ich muss da noch mal so ein bisschen reinsteigen mit den modulen und alles so wo haben wir das das haben wir auch immer da ist es okay ist übrigens auch mehr raffinerie modul da raffinerie modul stufe 1 suchen raffinerie modul stufe 1 wird benötigt wo wir müssen abtauchen ich taug mal eben ganz schnell ab produktionsdaten stufe 1 haben wir doch oder produktionsmodul das haben wir schon gebaut produktionsmodul produktionsdaten stufe 1 das kriegen wir ja hier herne warte mal ich glaube ich weiß wie produktionsmodul stufe 1 das brauchen wir glaube ich hier ne produktion hier stufe 1 2 kann das sein dass wir das brauchen warte mal wir haben das glaube ich hier ne packt das mal alles ja bis auf das hier vielleicht pack ich mal alles hier rein ob wir haben keinen platz mehr warte mal das kann raus das pack ich rein dass das 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 so nein nicht alles nehmen nein ach gott was macht er denn so war da produktionsdaten stufe 1 dient zum erforschen neuer technologie produktionsdaten stufe 1 produktionsmodul brauchen wir aber da der stufe 1 das ist hier das sind ja module kein aktiven module verfügbar gegenstehen frau traume produktionsdaten stufe 1 das können wir herstellen und produktionsdaten du für 1 ja auch noch mal produktionsdaten stufe 1 ist jetzt im frachtraum ist wo da kann ich damit jetzt irgendwas machen okay hier ist jetzt noch mal da unten produktionsdaten stufe 1 hinzugekommen okay aber das haben wir ja schon produktionsmodul kupferschrauben und kupferschrauben kupferplatten warte mal kupferschrauben kupferplatten so das haben wir alles aber es fehlt wie gesagt die module da unten vielleicht sollten wir doch erstmal gucken dass wir ähm andere sachen tun und machen erstmal die sachen die wir auch können so warte mal das packe ich hier hin dann wieder hier ein bisschen sortieren zack 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 so wir haben ja money haben wir ein bisschen munition munition ähm dann tauchen wir mal auf und dann gehen wir mal ein bisschen was organisieren vielleicht kommt das mit dem drill ship ja da oben äh mit dieser mit dem modul dass wir das noch irgendwie anders äh hinbekommen müssen wir mal schauen so gucken wir mal so jetzt springen wir mal kann ich die schon öffnen ich will raus ich will raus ich will raus so jetzt ah schön so gut dann würde ich sagen ab zur ab zum teil ist ja gar nicht so weit sind wir nur 200 meter leave the drill ship get out away from the drill ship where you can do what your drill ship from the outside ja machen wir equipment computer ach so ja machen wir das mal fährt unter tage das ist immer so ein nebenauftrag glaube ich gewesen so dann ist es wenigstens geschützt wir holen uns das teilchen gucken wir mal ob das geschützt ist so viel zu tun hier und viel zu entdecken oder was heißt viel zu entdecken aber viel ja viel organisation bedarf es hier in diesem spiel so oh gar nicht gesehen alter ein roter haben wir davon ja nehmen wir mit so haben wir äh so war es das ihr guckt la 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 raffinerienmodul gut gemacht wir sollten jetzt genug material haben um wo stand da konnte ich so schnell gar nicht lesen ach so jetzt müssen wir das drill ship wieder rufen ne okay ich gehe nochmal zurück zu unserem standort wo wir waren damit wir das wieder rufen können so just a moment aah schieß nicht auf mich war das hier ja hier war das ne dann rufen wir das mal wieder mit der 6 ne ja alter äh ich hätte auch ne flinte gehabt bergmann kopf nehm mal mit können wir gut gebrauchen so drill ship ist incoming das mit der raffineriemodul äh da bin ich noch nicht so ganz im bild da müssen wir mal gucken ob wir das hinkriegen so das schiff ist unterwegs quest finished congratulations you can now control your drill ship remotely using your control bracer jawoll gut das haben wir ja vorher schon gemacht müssen wir irgendwas reparieren ne unser schiff ist top in ordnung so gut haben wir das auch ähm was wollte ich das packe ich mal da rein weil wir es wahrscheinlich da drin brauchen werden jetzt wird uns der captain wahrscheinlich gar keine mission mehr geben weil wir jetzt auf uns allein gestellt sind vermute ich jetzt mal so raffineriemodul ja wie was Produktionsstufe 1 ja ganz toll upgraden Eisenrohre wie können wir denn Eisenrohre herstellen können wir das überhaupt schon herstellen Eisenpatronenhülsen aber Eisenrohre können wir noch nicht herstellen Eisenplatten oh so eine Kampfrüstung wäre natürlich auch nice ne da brauchen wir noch Kupferrohre Kupferrohre können wir hab ich mal gemacht so wie rüste ich das aus wie rüste ich das aus mit 7 Rüstung wird angelegt oh ihre aller so wir haben glaube ich eine Rüstung an würde ich jetzt mal behaupten und sind ja unten links der blaue Balken also hier unten sieht man wir sind jetzt also gut ausgerüstet ja jetzt die Frage wie kriegen wir denn da oben das Raffineriemodul zum Stande ich bin jetzt noch nicht so ganz Startererforschung warte mal das Anfangsraffinerie aufwerten vielleicht sollten wir die Raffinerie aufwerten erstmal oder dazu brauchen wir Schwefelpulver haben wir noch ja haben wir noch nice brauchen wir aber ach 5 mal ok warte kriegen wir ja hin so Schwefelpulver gut guck mal ob wir die aber haben wir die nicht schon aufge ich verstehe es noch nicht hier unten mit Upgrade und dann irgendwie noch mit Aufwerten und so da bin ich noch nicht so ganz weil das ist ja jetzt eine Aufwertung Blaupause für integrierten Raffineriemodul Technologie der Stufe 1 schaltet die Herstellung von Drillchip Raffineriemodulen frei die Erze effizient aufarbeitet Raffineriedaten Stufe 2 Raffineriemodulen Stufe 2 brauchen wir dafür Raffineriedaten Stufe 1 ok ja da brauchen wir wie viel warte 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 schredder haben wir jetzt keinen mehr oder was jetzt haben wir keinen schredder ich habe jetzt für die Stufe 2 schon ein bisschen vorproduziert Raffineriedaten Stufe 1 das geht da rein das produziert Raffineriedaten Stufe 1 was können wir damit machen dann dann haben wir das Teil mit dem Teil können wir quasi 2 herstellen ok ja produktionsmodul stufe 1 aber müssen wir denn ja mit stufe 1 haben wir jetzt stufe 2 wäre hier und stufe 3 haben wir gar nicht da muss ich nochmal also da muss ich mich nochmal irgendwie schlau machen da blicke ich jetzt noch nicht so ganz durch da so ganz im Bilde bin ich jetzt auch noch nicht wir müssen auf jeden Fall ein bisschen was sammeln denn sonst kommen wir jetzt auch nicht voran das ist ja nur die genau das ist die Raffinerie Raffineriedaten Stufe 1 Produktionsmodul Raffineriedaten Stufe 2 Stufe 1 Stufe 2 Produktionsmodul was habe ich jetzt mit Dienst zum Erforschen null verfügbar Raffineriedaten okay wir müssen glaube ich ich glaube wir müssen ein wenig nochmal paar Sachen sammeln gehen von den Ruby Robotern so alles wieder grün alles wieder schön Raffineriedaten das ist glaube ich Raffinerie oder ist das das Symbol für Raffinerie ich muss mal eben kurz gucken hier in unsere Wiki die haben wir ja hier auch warte mal welche übernehmen workable hier Raffinerie ja das ist das Symbol okay alles klar dann schauen wir mal ob wir da mal eben so ein Ship überfallen können mal eben vor allen Dingen aber wir sind jetzt gut ausgerüstet wir haben eine Rüstung wir haben Munition wir haben Schrotflinte wir haben alles eigentlich sind wir bestens ausgerüstet was soll uns jetzt noch passieren jetzt können wir nicht sterben aber ich speicher vorsichtshalber mal denn man weiß ja nie ne was so das Glück bringt ich glaube auch dass die Aufträge jetzt glaube ich von unserem Käpt'n nicht mehr so viel kommen werden dass wir uns jetzt demnächst vielleicht auf uns allein gestellt sind dass das Tutorial ist glaube ich mit dem dann auch vorbei ist lief hier nicht gerade noch jemand ich hoffe wir kommen noch hoch ja gucken wir mal ob wir irgendwas tolles finden so Kundschaft keine Kundschaft hier der Nachbar ist da so gucken dass die sich nicht herstellen ne also zumindest nicht im Schiff herstellen das wäre schon mal gut so hier unten läuft einer glaube ich so das nehme ich mit Banner ja toll Barren ja so warte mal hier ist der Frachtraum Schredder Konverter Pumpe aber nicht das was wir brauchen wirklich Kupferschatzschrauben ja nehmen wir alles mit alles ganz toll können wir den hier was abbauen einfach oder wie ist das was abbauen können wir hier aber nicht ne ne ok da ist noch ein Schrank ok ich dachte ich finde hier vielleicht ein bisschen Technologie aber dem ist anscheinend nicht so so warte ich speicher Stufe 1 hier das können wir gut gebrauchen aber wie können wir das abbauen kann man das abbauen irgendwie ok gut die wollen uns nicht haben ok wo soll das noch hinführen aber er hat uns erst die Rüstung so ein bisschen weggeschossen wie man sieht Technologie liegt also auch rum tja da müssen wir uns ein bisschen auf die Suche begeben ich balle mal den Revolver auch wenn ich die Schrotflinte richtig feiere weil die halt mit zwei Schüssen sofort dann sind die weg mit einem Schuss wäre halt super gut also müssen wir jetzt erstmal irgendwie Technologie finden das heißt wir müssen ein bisschen erforschen gut können wir vielleicht mit dem mit dem Schiff irgendwo hinfahren weiß nicht ob man da noch irgendwo hinfahren können vielleicht auch die Tunnel und die Höhlen vielleicht auch mal ein bisschen erforschen aber da finden wir ja keine Technologie ne ja wir könnten hier nochmal einen Schrank bauen weil wir schon wieder einen Schrank gefunden haben da ist es ganz toll so gut was was wollte ich gesagt haben Kohle pack ich ja nochmal rein das brauchen wir nicht hier drin das pack ich auch mal von das sind wir haben mal ein paar Schränke ne wir haben ja zum Beispiel ja noch einen Schrank dann würde ich vielleicht hier unten mal pass auf warte mit der 1 äh nein wie kann ich das denn drehen mit Kuh nein hä wollte ich eigentlich gar nicht ok jetzt ist es aber richtig ähm ich mach mal hier den hin und dann würde ich sagen packen wir dort mal solche Sachen rein ne sowas hier weil das hier mit dem mit dem Zentrallager ein anfangs raffinerie aufwertung laupause für integrierte produktionsmodul schaltet herstellung von drillische produktionsmodulen frei weiß ich ob ich das umsonst gebaut habe bin mir da noch nicht so ganz sicher weil da ich blick da noch nicht so ganz durch wie das da gemeint ist alles so das packen wir hier hin hier haben wir noch ich meine was für einen sinn macht das wenn man sich hier ja gut vielleicht als reserve hier solche lagerdinger denn ich wollte gerade sagen was macht das für einen sinn wenn man eh alles im im hauptlager lagern muss damit er das von da aus nimmt aber gut ähm ja wie wir das hergestellt kriegen weiß ich noch nicht genau müssen wir schauen kupferschrauben haben wir müssen wir mal im hier die müssen wir mal hier rein lagern so das einzige was uns fehlt ist tatsächlich wie kriegen wir die aktiven module keine aktiven module verfügbar produktionsmodul stufe 1 das sind module produktionsmodul stufe 1 so warte das packe ich jetzt hier rein so zählt der das dann hier nein warum nicht das ist so die frage da muss ich mich noch mal ein bisschen schlau machen und dann würde ich sagen das machen wir in der nächsten folge und dann sehen wir uns wieder und dann bin ich wahrscheinlich ein bisschen schlauer also würde sagen bis dann tschüss bis dann